Musik So, wir werden jetzt gleich die Verlosung für Niederösterreich springt online machen. Und zwar haben diesmal 38 Leute mitgemacht, 33 beim Robeskipping-Bewerb und 5 beim Starter-Bewerb. Die Ergebnisse gibt es schon alle auf www.robeskipping.cc Und bei den Ergebnissen, falls ihr schon geschaut habt, habt ihr gesehen, dass da immer eine bestimmte Anzahl von Losen dabei steht. Alle, die in einer Gesamtwertung oder in den Spezialdisziplinen erster, zweiter oder dritter Platz sind, haben drei Lose im Topf drinnen. Der Topf hängt schon da oben. Und da ganz oben steht der kleine Jonas mit dem Seil. Und der wird dann anziehen, sodass die ganzen Zettel mit eurem Namen runterfallen. Hallo. Genau, der Jonas hat euch gerade auch mit dem Hallo begrüßt. Zum Modus, wir werden das so machen, dass wenn du einmal gezogen bist, kannst du nicht ein zweites Mal gezogen werden. Das heißt, dadurch, dass du mehrere Zettel drinnen hast, hast du einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du gezogen wirst. Aber du kannst nicht zweimal gezogen werden, damit möglichst viele gewinnen können. So, und was gibt es zu gewinnen? Es gibt zu gewinnen ein Spiel Wizard. Dann gibt es zweimal das Spiel Saboteur zu gewinnen. Dann gibt es einmal das Spiel Sex nimmt zu gewinnen. Zwei Jojos gibt es zu gewinnen. Und zwar keine gewöhnlichen, sondern richtig coole Jojos mit Leuchteffekt und und. Dann gibt es noch das Spiel The Mind zu gewinnen. Jetzt auch zweimal. Und ein Spiel kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das heißt Hands Up. Das ist noch bei der Hannah. Aber wenn du gezogen wirst, dann wird sich dieses Spiel auf den Weg zu dir machen. So, und jetzt legen wir gleich los. Der Jonas ist schon bereit. Der große Jonas ist bereit und der kleine Jonas ist auch bereit. Wir werden jetzt wieder Schnur springen. Und der Jonas wird versuchen, Zetteln aus der Luft zu fischen. Und wer da gezogen wird, der hat dann was gewonnen. Es geht um das Spiel Wizard. Eins, zwei, drei. Zwei Zettel habe ich gezogen. Einmal geht das Spiel Wizard an die Sophie Döller. Das ist ja treffend. Und wir haben ein zweites Mal die Sophie Döller gezogen. Also viel Spaß mit dem Spiel Wizard. Saboteur und vielleicht sechs nimmt. Je nachdem, wie viel ich ziehe. Also der Jonas wird versuchen, vielleicht gleich zwei oder drei Zettel zu ziehen. Eins, zwei, go! Ja, ich habe ein paar Zettel. Das erste Mal Saboteur geht an den Luis Berger. Das zweite Saboteur geht an die Sirena Schwarzl. Und einmal sechs nimmt, geht an die Olivia Kurz. Ich habe sogar noch ein viertes gezogen. Dann nehmen wir einmal das Spiel der Mind an die Melissa Korsinski. So, dann geht es schon wieder weiter. Jetzt habe ich noch eins gefangen. Und das ist die Sophie Döller. Die haben wir schon gezogen. Also geht es gleich in die nächste Runde. Wieder um die Mind beziehungsweise die... Das Spiel der Mind geht an die Ingrid Vukesic. Sehr gut. Sie schaut auch zu. Dann haben wir ein Jojo. Das rote Jojo geht an den Attila Steininger. Und dann haben wir noch ein zweites Jojo. Das geht an die Patricia Korsinski. Ja, die Melissa haben wir schon gehabt. Aber die Patricia kriegt ein Jojo. Das war es schon wieder. Und wir gehen noch in die letzte oder vorletzte Runde. Zwei Spieler gibt es noch Hands-Up. Ich habe wieder ein paar gefangen. Das erste Hands-Up-Spiel geht an den Phil Berger. Haben wir eh auch nicht gehabt, oder? Nein, wir haben den Lewis Berger gehabt. Ah, den Lewis Berger. Phil Berger darf sich über ein Hands-Up freuen. Und das zweite... Da haben wir einen Attila. Olivia haben wir schon. Das zweite Spiel geht an die Miriam Berani. Berani. Entschuldigung. Passt. Genau. Das heißt, wir haben alle Preise verlost. Das war es für diesmal. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und wenn du jetzt nicht Glück gehabt hast, vielleicht dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke. Musik. 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 Musik.